Das Fünfte Element und Lucy Agent Valerian, du wirst solo gehen. Ich arbeite nur mit meinem Partner. Hallo. Wir sind ein Team. Daher ist dieses bildgewaltige Science-Fiction-Adventure durchaus mehrere Blicke wert. Es gibt einfach so viel zu sehen und zu entdecken, dass man über die mittelmäßige Story gerne auch mal hinwegschauen kann. Stellt euch einfach vor, ihr hättet in einen großen Sack mit Sci-Fi-Bildern gegriffen und daraus einen Film gemacht. Ich habe ihm das gelernt. Ich habe das gemacht. Mir wird gesagt, dass ich die Welt retten kann. Alles, was ich dafür tun muss, ist nachhaltige und faire Produkte kaufen. Aber das ist eine Lüge. Umweltschutz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Die grüne Lüge ist eine Dokumentation darüber, wie schädlich vermeintlich umweltfreundliche Produkte tatsächlich sein können. Zusammen mit Katrin Hartmann, einer Umweltexpertin, begibt sich Regisseur Werner Bothe in Michael-Moore-Art auf eine lange und intensive Recherche. Das ist doch ein schöner, romantischer Wett. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Frau die letzte Nacht töten. Ich fühlte keine Gefahr. Ich fühlte keine Gefahr. Du hast uns schon in eine Welt der Yakuza, Mafia und Kartelle. Der Trailer verspricht eine für den Regisseur typische, hochstilisierte Neon-Optik, die sich sehen lassen kann. Du hast dies. Du wirst es ausprobieren. Die 2 Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die würden sich schön in den Arsch gebissen haben. Es ist der erste wirklich ernste Film von Michael Bulli-Herbig und dafür sucht sich der Regisseur gleich ein anspruchsvolles und spannendes Thema aus, einen Fluchtversuch aus der DDR. Mit seiner schon fast Hollywood-mäßigen Inszenierung hat der Film einige Stärken und auch ein paar Schwächen, ist aber absolut hochwertiges deutsches Kino. ARD Text im Auftrag des ZDF Der Faktor ist schmerzendlich. Ich habe mich von Missing-Persons verabschiedet. Harry Holm. Wir haben deine Analyse studiert. Und sie beraten damals so weit. Ich dachte, es war ein Mann. Er ist involviert in etwas. Lego! Etwas schlecht. Das waren unsere Tipps für Amazon Prime Video im Juni. Was schaut ihr euch an, was lieber nicht? Schreibt uns auch eure Tipps in die Kommentare und schaut, wenn ihr mögt, auch die Folge für Netflix.